Die Baslerflora von Karl Friedrich Hagenbach, Beispiel eines Arteintrages. Dieses Video zeigt an einem ausgewählten Beispiel Art und Umfang der Angaben, die in der Hagenbachflora zu einer bestimmten Pflanzenart geboten werden. Der entsprechende Textausschnitt wird hier Schritt für Schritt übersetzt und erläutert, sodass dessen Struktur auch ohne Lateinkenntnisse nachvollziehbar ist. Diese 14 Zeilen sind der gesamte Text, den die Hagenbachflora für das hier gewählte Beispiel Polygonatum oder Ratum enthält. Das Farblitter von David Labram stammt hingegen nicht aus der Flora. Es dient in erster Linie als Vergleichsabbildung, wenn die Pflanzenbeschreibung besprochen wird. Der Eintrag über Polygonatum oder Ratum ist genau gleich aufgebaut wie jener aller anderen Arten und umfasst die folgenden fünf Blöcke. Name, eine kurze Beschreibung, Zitate und Quellenangaben, eine längere Beschreibung und die Fundorte. Beginnen wir mit dem Namen. Die vorliegende Art gehört bei Hagenbach noch zur Gattung Convalaria und hiess entsprechend Convalaria Polygonatum. Dieser Name, den Hagenbach von Linie übernommen hat, ist heute ersetzt durch Polygonatum oder Ratum. Der zweite Textabschnitt liefert eine sehr kurze Charakterisierung der Pflanze. Folies Alternis heisst mit alternierenden, also zweizeiligen Blättern. Es folgen Angaben zur Plattform. Caule Angulato heisst mit kantigem Stängel. Pedunculis bedeutet wörtlich mit Blütenstielen, hier aber eigentlich Blütenstand. Diese Blütenstände stehen Axilaribus, also in den Blattachseln, und sind Subunifloris, also weitgehend einblütig. Nun folgt ein Abschnitt mit Literaturzitaten und Synonymen. SM ist Smith, ein englischer Autor, und H1242 bezieht sich auf die gigantische Schweizer Flora von Albrecht von Haller aus dem Jahr 1768. Danach werden zwei alte Bauhinnahmen zitiert, die sich nach Auffassung von Hagenbach auf dieselbe Pflanze beziehen. Der zweite Name findet sich auch im Katalogus, also Bauhinz Basler Flora von 1622. FD schliesslich heisst Flora Danica. Warum dieser historische Ballast, der vom 16. bis ins 20. Jahrhundert hinein üblich war in der Botanik und noch viel ausufernder sein kann als hier? Weil es noch keine fixierten Nomenklaturregeln gab, mussten die Autoren die Bedeutung und Gültigkeit ihrer Pflanzennamen durch möglichst viele Literaturzitate verankern. Das war schlicht nötig zur Sicherung der wissenschaftlichen Kontinuität. Als nächstes folgt eine ziemlich detaillierte Beschreibung der gesamten Pflanze, und zwar Organ für Organ in der üblichen Abfolge, Radix die Wurzel, Scapus der Schaft oder der Spross, Folia die Blätter, Pedunculi die Blütenstände, Korolle die Kronen und Backe die Beeren. Übersetzen wir kurz die ganze Beschreibung ohne weiteren Kommentar, so lautet dies etwa Wurzeldick, quer abgeblattet, knotig gegliedert, Schaft ein bis eineinhalb Fuss hoch, gedreht, unten blattlos, oben beblättert, sich bogig neigend, Blätter nach oben gerichtet, Blütenstände ein bis zwei, selten dreiblütig, Krone zylindrisch, leicht bauchig, hängend, weiss, an der Spitze grün, Beeren satt blau. Wie man sieht, können lateinische Pflanzenbeschreibungen sehr effizient sein, erst recht, wenn man über einen derart präzisen Wortschatz verfügt wie Hagenbach. Was jetzt noch fehlt, ist das eigentliche Herzstück der Flora, die Fundortangaben. Bei dieser nicht allzu häufigen Art werden nur einige wenige Lokalitäten aufgezählt. In Monte Grenzach heisst auf dem Grenzacher Horn, in Sepibus circa Binningen, in den Hecken bei Binningen, et in Divam Margaritam bei Sankt Margreten, in Monte Muteto auf dem Wartenberg, Münchenstein ist Münchenstein, Juni ist der Blühmonat, und dieses Zeichen bedeutet ausdauerndes Kraut. Summa summarum sehen wir einen bis ins letzte Detail strikt organisierten und kompakten Text. Warum, mag man sich nun allerdings fragen, werden eigentlich an zwei verschiedenen Stellen morphologische Merkmale genannt, nämlich hier und hier. Und warum wird ein und dasselbe Organ sogar auseinandergerissen und in beiden Beschreibungen behandelt, etwa die Blätter hier und hier. Das wird klar, wenn man einen Blick auf die anderen Arten derselben Gattung wirft. Hier zeigt sich nämlich dasselbe Verfahren. Bei jeder Art stehen zunächst nur einige wenige Angaben, und erst abgesetzt davon, nach den Quellenzitaten, folgt die ausführlichere Beschreibung. Diese ist zur Unterscheidung hier nun blau gefärbt. Diese Vorabangaben sind keine Gesamtbeschreibung, sondern enthalten nur die spezifischen Unterscheidungsmerkmale jeder Art. Es ist also eine Art Bestimmungsschlüssel, der zwar nicht, wie heute üblich, aus dem restlichen Text herausgelöst ist, aber inhaltlich genau das leistet, was heutige Bestimmungsschlüssel auch leisten.